Wir befinden uns derzeit so annähernd an einer Luftmassengrenze und die brachte uns im Westen eine gewittrige Nacht. Und es folgt der wohl wärmste Tag des Jahres bisher. Dass er der wärmste Tag des Jahres 2019 sein wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Wir haben Temperaturen von bis zu 30 Grad im Südosten. Hier ist es phönig. Die Schauerreste aus der Nacht werden sich übrigens langsam nach Nordosten zurückziehen. Die Wolken lösen sich auf. Vom Saarland über die Region rund um Trier bis zur Schneifel haben wir viele Wolken, vereinzelt noch ein bisschen Regen. Der Regen wird aber allmählich wieder zunehmen und am Nachmittag ist es westlich des Rheins erbewölkt mit Regen, der sich ganz, ganz, ganz langsam auch Richtung NRW zieht. Im äußersten Nordosten dreht nach den Schauern der Wind, ganz, ganz schwach auf nordöstliche Richtungen. Und hier so rund um Capacona bis zum Tromperweg rüber, da kann sich dann Seenebel von der Ostsee her so langsam auf oder in Richtung Rügen auf den Weg machen. Wird es aber nur ganz knapp an den Strand schaffen im Binnenland selber der Insel. Da ist es weiterhin sonnig. Und sonnig ist es sowieso in der Osthälfte. Die Sonnenscheindauer hier 14 Stunden. Im äußersten Westen, wenn überhaupt, mal eine Stunde Sonnenschein. Die kann man dann eher so milchig-matt erahnen. Blicken wir auf die Temperaturen. Wie schon erwähnt, es wird der wärmste, wohl heißeste Tag des Jahres. Es kann mit lokalen Föhneffekten in Teilen Bayerns bis zu 30 Grad geben. Die Luft ist hier sehr trocken durch den Föhn, der weht. An der Ostsee mit dem Seenebel sind es 11 Grad. Am Küstenstreifen im Binnenland gleich dran, 22 bis 25 Grad. Und unter den Wolken im Westen ist es auch ein bisschen kühler. In den Abendstunden bleibt es in der Osthälfte locker bewölkt oder klar. Im Westen kommen Regen und auch zunehmend Gewitter immer weiter nach Osten voran. Und im Laufe der Nacht erreichen die Regenschauer und Gewitter dann auch die Mitte, zum Teil mit Unwettergefahr. In der Osthälfte bleibt es im wahrsten Sinne des Wortes alles klar.